Schieß einfach mal, ne? Warte, Mann, eine Sekunde. Ich frag mich, wo das Ding hingegangen ist, ey. Das ist eigentlich ein Glück. Das sieht auch von hier aus jedenfalls so aus. Jetzt müssen wir noch so eine Rocket holen. Scheiße. Wie ich diesen Knüppel da, ey, die hochgeschlürt hab. Ah, eine haben wir noch an der Rocket. Ach, da sind noch mehr Roboter. Ja, aber wir warten, bis der einsteigt und dann jage ich den ganzen Jedi abonnen. Hier ist einer. Hier war einer. Hier war einer. Da war. Geil, Vicky. Jetzt jemand wie eine Lapua, ey. Jetzt riecht der Heli aber weg. Ach, Scheiße. Oh. Das ist ja noch einige Wurz. Ja. Durch das Thermal wischen sehe ich das jetzt gerade vor. Scheiße, ey. Ja. Aber der hat gerade so schön ruhig gestanden, weißt du. Deswegen dachte ich mir, komm, siehs mal ab. Siehs mal ab. Siehs mal ab. Ach, scheiß, den tief die ganze Zeit schon. Ach, scheiß, den tief die ganze Zeit schon. Ja. Also, Spieler am Heli. Spieler am Heli. Ich weiß aber nicht, ob er schaut, einzusteigen. mit zerstört er steht einer Jetzt hört er wieder aus, stellt er sich wieder aus, fahrrad. Egal, ich schieße das scheiß Ding kaputt, hier ist doch Spaß. So? Ja, schieße. Ist es kaputt gegangen? Alter, das sieht aus, als hätte es gar nichts abbekommen. Ja, so sieht es auch aus. Soll das hingegangen sein, das scheiß Ding? Nein, das ist genau drauf gelandet, auf jeden Fall. Ist das dann so lange unzerstörbar, bis es dann geht? Oh, hier scheinbar. Erstmal nicht mal unten, zeigt wieder auf. Variierung ist eine Achtung. Stab. Ein bisschen Schiss, was ich nicht erwische. Ja, ich bin auch sofort hinterbauen. Ich bin zu spät. Gesehen. Wurzell. Ein bisschen Schiss. Untertitelung des ZDF, 2020